Ja, wo ist Hähnchen? Hallo, hier habe ich ein Handy. Oh, Papa! Das sieht schon bunt aus! Guck! Ähm, das... Ähm, mein Handy, das ist... Wie immer! Nein, erst... Ich sage... Und jetzt... Und jetzt... So, mach! Ja! Wie geht das auf, Papa? Muss man erst hier oben? Oder muss man erst hier? Ja, gleich! Ich habe es geschafft! Hier ist schon mal das Handy. Und jetzt... Muss das aufgeladen werden? Und es ist... Ich... Es ist... Mein... Handy! Cool! Cool! Papa, was kann man... Was muss man hier mitmachen? Papa, kann man da oben rein gucken? Ja? Ich denke schon. Was kann man hier machen? Ein Guckermachen. Du musst deine SIM-Karte noch reinstecken. Erst? Wo ist denn dein Handy? Was? Wo ist dein altes Handy? Unten? In mein... In mein... Ah! Jetzt weiß ich wo! Holst du es mal, dass ich ein Auto... Okay... Handy... Ich muss arbeiten! Ich glaube, ich muss das unten auf... Ah! Papa! Papa, das... Das macht dick! Gib mir mal! Hast du das gehört? Okay... Ich rufe mir aus! Aber... Nein! 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 Ja! Oh! Was heißt denn dein Handy? Spiderman! Wo sind die Hose gemacht, Papa? Ah! Das, das, das! Oder? Oder ich weiß es noch nicht... Hey! Wieso sind hier nur meine Videos? Los! Glocke, soll ich das gucken? Kann ich? Das gucken? Das ist Ryan! Aha! Das kenn ich noch nicht! Donnie? Ja! Ich guck mal, wenn du mit dir gesetzt... Machst du bitte! Was? Kannst du bitte draufdrücken? Kannst du doch mal! Ich hab Angst! Du, 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 du... Kannst du doch mal drücken? Was ist? Anfang nur weiter, okay? Mach mal! Go! Heute hab ich ein Handy! Und das geht... So... ... und... Schütte! Schütte, oder? Schütte! Was können wir denn damit machen, Julia? Das kann nun schon was kaputt machen. Ich meine mit dem Handy. Das Handy ist ganz gut. Das habe ich natürlich aufgebaut. Cool, oder Papa? Papa, da kann man was abmachen. Zwei Teile! Zwei Teile! Zwei Teile! Zwei Teile!